So, und herzlich willkommen zurück im Part 6 von Let's Brezel, Let's Jump, Let's Dingens. Und wir haben gerade mal so Behind the Scenes ausprobiert und sind nun zu folgendem Entschluss gekommen. Der Timo hockt wieder unten in seinen Kabuff, Puff Puff, nicht zu verwechseln mit Puff, das ist was anderes. Und ich werfe dem jetzt einen Redstone nach unten und der Timo, der sich jetzt unten befindet, sammelt spontanerweise den Redstone irgendwann auf. Was meine ich nie? Oh, ähm, doch genau jetzt. Sechs Team in ein, welches sich vor ihm befindet. Ja, habe ich. Hinter ihm öffnet sich nun eine Pisten. Ja, mit einer roten Torte. Richtig, jetzt werfe ich stehen, ein anderes Redstone-Ding nach unten, das sammelt er wieder ein. Ich rase hier in einer Affengeschwindigkeit aus dem Raum raus, in den ersten Stock, springe am besten hier kamikazemäßig von der Treppe, tue mir richtig saubi, aber es ist mir egal, renne jetzt hier zum Ende des Flures, bevor sich eine unglaublich tolle Holztür befindet, die ich öffne. Und der Timo wirft nun durch das Loch das Redstone wieder nach unten, durch das Loch, was sich vorhin geöffnet hat. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ich komme nicht an das Redstone dran. Jetzt aber, da ist es! Da ist es, ich sammle das Redstone aus Rase zu dem Loch, was sich hier befindet. Schmeiße das Redstone nach rein und es öffnet sich. Ein... Zwei Diamanten befinden sich in der Truhe, die sich nun gehört. Ja, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Und die Tür ist offen. Wir flippen aus, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Ja, nächster brauche ich zu sagen. Wir rennen wieder nach oben. So schwer war es ja eigentlich gar nicht, ne? Nein, wer denkt denn da durch? Also werden... Ich weiß nicht. Wer denkt daran, wir erst dann wieder nach unten zu rennen und bla bla bla. Ja, keine Ahnung, wie nicht. So Timo. Also keiner, glaube ich. Was hilft, wo bin ich? Hey, wo bist du? Riesa Bibliothek. Rechts also. Ja, rechts. Woher weißt du das? Hast du schon vorhin geguckt? Weil ich vorhin, als ich dich gesucht habe, hier langgegangen bin. So, was steht denn hier? Das Magister geschrieben... Was? Das... Ach, das... Ja, ich kann nicht lesen. Das Magisters geschriebenen Wort. Voll Weisheit. Ja. Schauen wir uns mal um. Jetzt müssen wir uns aber echt extrem genau umgucken. Weil hier echt überall irgendwas sein kann. Und guckt auch bei diesen Bänken auf die Schilder links und rechts, ob da irgendwas draufsteht. Boah, die Sandwich-Teile sind heiß, ey. Ja. Kann... passieren. Ist das hier verwinkelt? Penny fliegt doch mal nach oben und guckt uns zu, wie wir hier durchreden. Wobei hier ist gar nicht so viel... Oh, ist hier was? Ey, wie geil bist du denn, ey? Wie bist du denn da jetzt hochgekommen, bitte? Ähm, über das Bücherregal, bitte? Ja, und jetzt siehst du schon was. Ja, nee, ich sehe nichts. Du hast mich doch gerade beim letzten Jump gesehen. Schöne ich was? Wo ist hier auch keine Tipps? Wow, was zum Teufel? Das war jetzt richtig am Leggen. Na, du musst du dem anderen Regal gucken, Idiot. Timo, 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 hier. Ich kann da nicht hin, ich hier an der Stelle immer am Leggen war. Und... Kam ich in die rüber? Jawohl. Alles Gucken hat noch ein Mann. Aua. Krassen Schalter. Was hat sich geöffnet? Raffig. Äh, Timo, bleibt mal unten und hör mal, von wo kommt das? Mach mal. Ah ja, machen wir mal. Psst. Mach. Ja, ich hab hier den Raum. Soll ich da immer durchfallen durch den Raum? Nee, sag mir erst mal, wo es war. Hier, direkt am Ende, da. Ich fahr mal durch, okay? Ja, geh rein. Ja, ich... Aber nur einer wissen. Kommt man da wieder raus? Hör auf! Nein, man kommt hier nicht wieder raus. Doch, kommt man bestimmt. Lass mich mal da rein. Was ist drin? Äh... Einen Alben... Alben, Igort, Diamant... Oh, ja. Und sonst? Wie... Was ist da alles? Nix mehr. Bei Thronen. Aber wir kommen nicht mehr raus. Da ist doch ein Zaun, den sehe ich doch. Ja, was ist mit dem? Hier sind... Oh, bist du intelligent? Nee, nee. Oh. Das sagt... Sagt der Penny. Jörg, der Penny. Jörg, da! Ey, du darfst die Spinnenweben kaputt machen. Ja, egal, ich hab' einen Scheißer gefunden. Ah, hier geht's weiter. Schau mal durch die Spinnenweben. Stefan, durch die Spinnenweben. Meine geht's weiter. Ja, du darfst die Doktor kaputt machen. Das witzig. Mit Witzig, die kaputt machen. Ja, bis der die kaputt hat, bin ich schon dreimal durch. Aber bist nicht runter. Ja, warum? Ah, ich muss mal was essen, sonst wäre ich gleich ein Problem. Kann man die Arten essen? Mist, jetzt... Ah, ich hab' einen Keks. Jetzt weiß ich, woher wir da sind. Wir sind im ersten Stock. Ähm... Hier ist eine Tür. Petty Rennen noch nicht immer vor. Petty, du musst auch gucken, wo wir sind, ne? Wir reden ja hier. Nicht Stefan. Ach, hier sind wir jetzt. Hier sind wir. Da ist noch ein... Hm? Was? Hier muss ein Redstone hin. Ist denn hier nirgendwo Redstone drin? Äh... Wir haben irgendwas übersehen. Ne, ich würde eher sagen, dass wir mal irgendwo nach einem Redstone suchen müssen. So, das heißt, da kommen wir nicht rein, weil... Aber wir können... Wir können hier auf der Erde die Uxan bauen. Warum geben die uns denn Diamanten und Eisen, wenn wir nichts abbauen dürfen? Warum soll man hier... Kommt doch hier auch so dran ohne da... Ah, nein, komm ich nicht. Komm ich nicht. Die Welt wurde ja hier in Dings gemacht. In 1.8. Da konnten die Zäune noch einen ganzen Block dicht. Da konnte man da noch nicht. Nein, das... Das cheat man jetzt nicht. Nicht, Timo, das kannst du nicht. Klack war nicht das. Nein, die Welt wurde ins Acht gemacht. Das habe ich gerade gesagt. Da ist mir egal, wenn die Zäune sind und das nicht möchte bedenken. Die Zäune waren da noch einen kompletten Block. Komm mal mit, Stefan. Stefan, komm mal mit. Die Zäune waren da noch einen kompletten Block, weil... Warum könnte man da nicht die Truhen öffnen und die... Die Zeit Diamanten rausholen, die da dran sind? Nö, aber nicht so viel kommen mit. Wo willst du denn hin? Hier, in eine andere Richtung. Mein Gott, ey, du bist wie so... Komm, Mann. Komm jetzt. Wo willst du denn hin? Ja, hier in die Tür rein. Wenn da nichts ist, gehen wir hier rein. Ganz einfach. Und hier steht... Im Feuer kocht die... Eis! Ach, hör auf. Hier kann man hoch. Diamanten. Ich habe ein Diamant gefunden. Das ist ganz toll, der Gepär. Wir müssen dann hoch. Er gibt den Diamanten her. Was willst du mit dem Diamanten? Ja, ich sammle die ja im Moment alle. Nö, extra nicht. Aber mehr, will ich da. Ja, okay. Ja, okay. Also hier ist falsch. An Tür. Äh, irgendwas mit dem Feuer auf sich. Aber ich gucke dich doch erst mal um. Hier. Also das ist, glaube ich, wirklich falsch. Hier sind wir nämlich falsch. Dahinter ist auch nichts. Hier ist echt alles Sender. Wahrscheinlich haben wir jetzt ja, weil wir den Schalter ausgelöst haben. Ähm, ich denke, wir sind ja nicht mehr. Ähm, ich denke, wir sind ja nicht mehr. Oh. Da geht's nicht weiter. So, von da, da waren wir aber gerade drin, ne? Ah, hier waren wir gerade drin. Da waren wir gerade drin. Ähm, ja, dann gehen wir mal einfach nach hier. Vielleicht findet man ja hier noch irgendwie Redstone. Das Baumeister ist unter Schlupf. Das Baumeister ist unter Schlupf geschickt. Bickt mit Stein und. Bin doppelt. Ja. Dann lassen wir mal in den zweiten Stock gehen. Vielleicht, äh, muss man da ja jetzt erst mal weitermachen. Aber ich denke, das werden wir dann im nächsten Part machen. Alles klar. Tschü-dü-dü Tschü-dü-dü